Es hat die Nachricht erreicht, dass der britische König Charles an Krebs erkrankt ist. Das teilte der Buckingham Palace heute Abend mit. Der 75-jährige Monarch werde schon behandelt. Und welche Krebs hat es sich handelt, das weiß man aktuell noch nicht, beziehungsweise es wurde zumindest nicht mitgeteilt. Die Erkrankung habe nichts mit der vor kurzem bei Charles erfolgten Behandlung wegen einer vergrößerten Prostata zu tun, heißt es. Der König sei weiterhin absolut zuversichtlich, was seine Behandlung angehe. Und die Behandlung soll wohl auch schon begonnen haben oder jetzt unmittelbar davor stehen. Wenn wir jetzt nach London schauen, dann wissen wir zum einen, dass König Charles aktuell zumindest zu Hause ist. Denn auf dem Buckingham Palace, da weht die Standarte. Und wir schauen jetzt zu Arndt Stregler. Unser Großbritannien-Korrespondent ist uns aus London zugeschaltet. Denn Arndt, es gibt dieses Statement. Wissen wir noch mehr? Gibt es jetzt bereits weitere Berichte? Wie reagiert Großbritannien auf solch eine Nachricht? Nun, Großbritannien ist geschockt, muss man ganz eindeutig sagen. Gerade hatte der König ja diese Prostata-Operation, die du gerade schon erwähnt hast, überstanden. Er war auf dem Weg der Besserung, so jedenfalls schien es. Er ist also aus der Klinik wieder rausgekommen. Alles schien wieder guter Dinge oder alle waren guter Dinge. Und jetzt also heute Abend diese Schockdiagnose. Ich konnte vor rund einer halben Stunde noch einmal mit dem Palast telefonieren. Da wurde mir bestätigt, dass es Krebs ist. Es wurde aber nicht gesagt, um was für eine Krebsform es sich handelt. Die Therapie vom König Charles hat bereits heute am Montag begonnen, sagte der Palast. Auch da gibt es keinerlei Anzeichen, wie diese Therapie aussieht. Wir wissen auch nicht, was für ein Krebs das ist. Wir wissen nicht, in welchem Stadion es ist. Das einzig Beruhigende heute Abend ist, dass hier in London vielleicht die weltbesten Onkologen, also Krebsspezialisten praktizieren. Und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass der König zumindest fachmedizinisch in den besten Händen ist. Wie sieht denn jetzt das weitere Vorgehen des Palastes aus? Wer wird da offizielle Aufgaben übernehmen? Normalerweise fällt einem da der Thronfolger ein, Prinz William, aber dessen Frau Kate, die ist ja ebenfalls schwer krank. Das ist richtig. Es sind ganz neue Zeiten, die heute Abend hier in Großbritannien auf diese Monarchie, auf diese Königsfamilie zukommen. Wir wissen, dass Königin Camilla bereit ist, mehr Termine zu machen. Sie wird also innerhalb der nächsten Tagen, innerhalb der nächsten Wochen, vielleicht sogar innerhalb der nächsten Monate mehr und mehr den König selbst vertreten. Interessant, als ich vor circa einer halben Stunde mit dem Palast kurz telefonieren konnte, wurde dort gesagt, dass der König bereit sei und auch fähig sei, weitere Termine selbst mit zu übernehmen. Das ist erst mal, würde ich sagen, ein bisschen beruhigend. Es deutet nämlich darauf hin, dass der König nicht ganz so ernst erkrankt sein könnte, wie die Headlines hier erst einmal glauben zu machen scheinen. Wenn man erst mal das Wort Krebsdiagnose bei einem 75-Jährigen hört, dann ist man natürlich erst mal alarmiert. Die Briten heute Abend sind alarmiert. Sie sind auch ein bisschen schockiert, muss man sagen. Man hatte eigentlich gehofft, dass nach diesen jüngsten Hiobsbotschaften, Prostata-Operationen bei König Charles, dann diese Unterleibs-Operationen bei Prinzessin Kate, dass danach dieses Königshaus, diese Monarchie, diese Familie erst mal wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen würde. Das hat sich nun leider nicht bestätigt. Wir müssen einfach mal abwarten, was innerhalb der nächsten Tage aus dem Palast bekannt wird. Ich würde aber erst einmal sagen, für alle Monarchisten, für alle Royalisten, ich würde einfach sagen, heute Abend zu große Sorgen sollte man sich erst mal nicht machen. Denn der König ist, wie gesagt, in guten Händen, in sehr guten fachärztlichen Händen. Und die Tatsache, dass der Palast heute Abend bestätigt hat, er werde weiterhin diverse Termine selbst übernehmen, deutet meiner Ansicht erst mal darauf hin, dass es nicht so dramatisch erst einmal sein kann. Nicht zuletzt auch der Regierungschef Rishi Sunak ist guter Dinge, hat natürlich schon seine besten Genesungswünsche in Richtung Buckingham Palace und König Charles geschickt. Ist sich sicher, bald ist er wieder auf den Beinen. Aber trotzdem, es gibt viele offene Fragen. Das sorgt auch immer für Spekulationen. Unter anderem wird jetzt von britischen Medien verkündet, Harry macht sich jetzt so schnell wie möglich auf den Weg. Der zweite Sohn von König Charles, der mittlerweile in den USA lebt, kein einfaches Verhältnis. Wie muss man mit solchen Geschichten jetzt umgehen? Die Nachricht ist ja erst wenige Minuten alt. Die Familie weiß es aber sicherlich schon etwas länger als wir. Da muss man auch erst mal wieder vorsichtig mit umgehen. Das sind bislang keine offiziellen bestätigten Informationen. Der Palast hat mir jedenfalls bislang nicht bestätigt, dass Harry bereits im Anflug auf das Königreich sei, aus Amerika. Das sind, soweit wir das von heute Abend hier beurteilen können, erst einmal nur Pressemitteilungen und Presse-Spekulationen, dass Harry jetzt angesichts der Tatsache, dass sein alter Vater an Krebs erkrankt ist, jetzt vielleicht doch den Weg von Amerika zurück nach Großbritannien machen wird. Muss man abwarten, ob das tatsächlich ist. Denkbar, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall, dass der Sohn zurück nach Hause kommt, um sich in dieser Stunde der Not an die Seite seines Vaters, an die Seite König Charles III. zu stellen. Hier in Großbritannien wäre das zumindest ein kleiner, ich würde mal sagen, ein kleiner Lichtblick. Denn man muss ganz eindeutig sagen, es tut einem ja in der Seele weh zu sehen, wie sich dieser Familie innerhalb der letzten Monate, innerhalb der letzten Jahre zerworfen, zerstritten hat. Und vielleicht wäre das so ein bisschen ein kleines Trostpflaster angesichts der Tatsache, dass beim König Krebs diagnostiziert wurde. Wenn das dazu führen würde, dass sich die Familie wieder verträgt, dass sich die Familie wieder versöhnt, dass vielleicht sogar Harry wieder zurück nach England kommt, dann wäre das zumindest ein kleiner Lichtblick in diesen dunklen Stunden für diese Monarchie. Noch sind das alles aber Spekulationen natürlich. Wir müssen jetzt erst mal abwarten. Anstiegler, vielen herzlichen Dank nach London. Was wir also am heutigen Abend wissen, ist, König Charles hat Krebs. Um welche Art es sich handelt, wurde noch nicht bekannt gegeben. Der König ist allerdings bereits in Behandlung. Das ist der aktuelle Kenntnisstand. Danke nach London. Vielen Dank.